Wer zumindest teilweise elektrisch fahren will und trotzdem hohe Reichweiten möchte, ist mit einem Plug-in-Hybrid-Fahrzeug gut bedient. Beim Volvo V60 Plug-in-Hybrid können laut Hersteller bis zu 50 Kilometer rein elektrisch absolviert werden und wenn es weitergehen soll, dann übernimmt der Dieselmotor, der auf einen Treibstoffvorrat von 45 Liter zurückgreifen kann. Die Fahrbetriebe Pure, Hybrid oder Power bieten die Möglichkeit, entweder nur mit Strom oder im normalen Mischbetrieb oder mit voller Leistung beider Aggregate unterwegs zu sein. Pure ist ideal für den City-Betrieb und für bewusst abgasfreies Fahren. Wir kamen mit zurückhaltender Fahrweise bei 20 Grad Wetter auf 44 Kilometer Reichweite. Bei leeren Akkus oder bestimmten Fahrsituationen schaltet sich ohnehin der Hybrid-Modus ein und beide Antriebe ergänzen einander. Volle Leistung aus 215 Diesel-PS und 50 kW des E-Motors gibt es im Power-Modus. Der Dieselmotor treibt die Vorderachse an, der E-Motor die Hinterachse. Dadurch steht Allradantrieb zur Verfügung. Eine Batterievollladung dauert je nach Stromstärke zwischen 3,5 und 7,5 Stunden. Wer etwa nur 25 Kilometer unterwegs war, kann schon entsprechend früher wieder vollgeladen losstarten. Im Alltagsbetrieb kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von 5,3 Liter Diesel. Nur wer seine Etappen entsprechend planen und daher regelmäßig Strom nachtanken kann, wird den Dieselmotor kaum benötigen und somit die Freuden des elektrischen Dahingleitens genießen können. Wer pro Tag nicht mehr als 40 bis 50 Kilometer fahren muss, kann dies mit dem Volvo hier elektrisch absolvieren und somit den Besuch einer Tankstelle sehr lange Zeit hinausschieben. Die Ladekosten sind je nach Stromtarif unterschiedlich, aber wohl nicht ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. Denn das vergleichbare Modell ohne Hybridantrieb kostet rund 6.000 Euro weniger und ist 200 Kilogramm leichter, was überdies dem Spritverbrauch entgegenkommt. Für den Volvo V60 Plug-in Hybrid sind mindestens 57.520 Euro fällig. Dafür erhält man neben der faszinierenden Antriebstechnologie ein hohes Ausstattungsniveau und viel Komfort. Der Kofferraum ist gegenüber dem Normalmodell etwas eingeschränkt, doch die Reisetauglichkeit insgesamt ist dank sportlicher Fahrleistungen und solidem Fahrverhalten sehr hoch. Der Kofferraum ist dabei die Verzweiler und gebraht. Die Ladekosten sind nicht immer.